Naja, es ist... Also für mich ist das Spiel... Zwischendurch mal ein Spiel... Mal spielen kann... Aber... Irgendwie... Wird springen... Oh, springen dann spinn diesmal... Häusliche Pflichten... Okay, etwa eine... Eisen-T-Zettel... Mit Geschirr... Äh... Die Gen-Serie kaputt dann... Die Baterie in den Ofen ist niemals... Die Baterie in den Ofen ist niemals... Also die Baterie in den Ofen ist niemals gut... Die Baterie in den Nowen 55. Schaut ganz Philadelphia Wenn er eine Baterie in den Umarien hatte... Die Poderweise Die Penalte immer magnifisch... Irgendwie schaffe ich das nicht. Das ist halt ne Erschlaggeschirr Ekelhaft? Hier, nen Löffel Einfach nur zerschlagen ok Nö und nicht unbedingt die Insekten schlagen, was ist denn hier ne Krabbelt? Das ist ja mein Ohr drümmel Ach come on Hier stören wir einfach schnell das Bräukei Ähh Patronen Oh Ok, das hab ich gemacht So Leute Da Instant tot Irgendwo hier was? Ok, dann würde ich mal sagen Einzelnen Schubfächer Haspray Ok Achso, noch ein Auftrag hier Kühlschrankreinigung Entferne alle Gegenstände Kühlschranks Ok Ah Schön, oder? Das Spiel ist so Ich dachte, es wird lustig jetzt spielen Aber ich hab eigentlich erwartet von so'n Spiel Eigentlich nicht viel Eigentlich nicht viel Muss ich jetzt ehrlich sagen Ok Ok, alle draus Aus dem Haus Der IQ noch drüber liegt Ok Spiderboy Hier leben noch welche So viele Würste So viele Würste Ist wie bei mir zu Hause Kühlschrankreinigung Ich denke Ich denke Ich denke Oh Schon eklig bist du Komm her Fresschen holen Ausgezeichnet Hier ist noch eine In den Obstzeller Was ist denn für eine Eisspinne? Der ist noch eine Geisterspinne, oder? So Also hier ist immer noch was Wo bist du? Da Wartet jetzt Ja Hier ist wartet jetzt Mal Ich glaube jetzt ist ein Raum gecleared Dann gehen wir zum nächsten Irgendwelch ein Notizzettel hier Ja Wurde ich gar nicht Füttere Spinn mit Käselbädchen Unsichtbarer Braten So Wurde ich Wurde ich Wurde ich Wurde ich Das ist Wurde ich Dann kann ich Das war's für heute. Irgendwas? Irgendwas. Eigentlich perfektes Spiel für jemanden, der Schiss hat von Spinnen. Okay. Ja, hier sind noch welche. Hier sind die ganz unsichtbaren, die man kaum erkennen kann. Ähm... Ich... Äh... Ist eigentlich egal. Keinen Bock mehr. Hier weiter zu suchen. Letzter... Nee, vorletzter. Kümmer dich um die fester in der Garage. Achso. Warte, bringe Werkzeuge... Hey! Kann ich denn irgendwie... Ah, hier. Stadt... Pistole will come. Molotows... Welches Werkzeug ist denn hier? Na gut, machen wir's schnell. Ist... Weil... da ist drin. Ah... Den ist drin. Den erschlag ich. ist das eigentlich für fässer? da sind es zwei gerade ist aufgeräumt worden mit dem schatzi wenn ich das zu hause machen würde angeblich also welche einfach mal nix da dann machen wir doch die letzten zitter zu angeblich eine kombi zange eigentlich nee ist ein cutter feuerzeug aufräumen noch was drum liegen gießkanne was ist denn hier? also eine Gartenshovel ich brauche noch zwei hammers da ist eine Pfeile sogar das soll eine Pfeile sein? ja so es fehlt noch ein hammer und ein Spaten so ähnlich so aus wie ein Spaten aber das nicht so ein Spachtel da ist der eine hammer der eine hammer ist hier und das ist nur eine sache muss ja hier sein eigentlich da so ähnlich wie ein Spachtel so ein schaber so eigentlich ist der eine questionnaire tätig mal sehen wir jetzt mal eine challenge ist Töte mithilfe Feuer na wo sind die denn? so 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 verbrennen hier so gewesen sein sagt einfach nein springen und luft spinne in der luft eigenschaft ja bekommen wiederholen machen wir noch mal ja Ich hab ihn angezündet noch, ja das war Abgeschlossen Gut, einen haben wir jetzt geschafft Dann werden wir jetzt mal die Level hier Jupp Oh nicht unbedingt alle töten Nein Scheiße, egal Das ist vollkommen furcht Ich weiß ja nicht, ob ich unbedingt ein Spiel spielen möchte Für 100% Das reicht mir ja schon, das hier Oh, das war das letzte Das war das letzte Ich kacke Dann passiert ein wenig Special Upgrades Achso Praktisch und stylisch bietet 4 zu 10 Plätze für Ausrüstung Cool Verringert Rücken, Schmerzen und ermöglicht Sprints Tracker Upgrades Tracker Upgrades Viener da, aber für Spinnen Okay Kann ich schnell nur die Batterien einsammeln? Also die letzte Batterie einsammeln einfach nur? Oder muss ich jetzt wirklich alle Aufgaben wieder machen? Tröger wissen Tröger wissen Okay Es speichert wohl Aber trotzdem muss ich halt 5 freischalten Nichts machen Ich geh einfach vorbei Lass mir in Ruhe Hier Das war Das war Ich hab mir jetzt nicht mehr gewünscht Das mache ich mir wieder Ehh Warum muss ich jetzt nochmal das alles machen? Okay Und halt nicht zuweisen zuweisen einfach wohin werfen doch schon alles richtig jetzt gehen nein ja jetzt also ich finde es unnötig jetzt gerade noch mal das zu machen ich hoffe gleich 25 zum gehen es verbrennt doch endlich danke ja bitte gehen ach 20 war nur ziel gewesen ja träger upgrades zeigt die gesamtanzahl verbleibenden spinnen ist natürlich praktisch